Die 5 besten Bluetooth-Musikanlagen. Eine Auswahl für den perfekten Klang. Ich habe das Panasonic SCPM250EGK Mikro mit HiFi-System seit einigen Wochen und ich bin wirklich beeindruckt von seiner Leistung. Das Design ist schick und passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich kann meine Lieblingsmusik immer und überall hören, dank des Bluetooth-Modus. Die Soundqualität ist unglaublich, die 20 Watt RMS liefern einen klaren und unglaublich kraftvollen Klang. Die einstellbaren Equalizer-Modile lassen mich meine Musik hören, wie ich es möchte. Ich bin begeistert von diesem Produkt und empfehle es jedem, der auf der Suche nach einer leistungsstarken und stilvollen Kompaktanlage ist. Ich habe die Karcher MC6580D Kompaktanlage gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Die Anlage hat viele Funktionen wie CD-Player, Bluetooth und Wecker, UKW und DAB Plus Radio, sowie MP3-Wiedergabe über USB. Ich war überrascht von der guten Klangqualität, die Anlage hat einen kräftigen Bass und klare Höhen. Das Design ist auch sehr ansprechend und die vertikale Ausrichtung spart Platz. Die Bedienung ist einfach und die Senderspeicher sind sehr praktisch. Insgesamt ist diese Anlage ein tolles Produkt zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann sie jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer kompakten und leistungsfähigen Stereoanlage ist. Ich habe diese HiFi-Anlage vor einigen Wochen gekauft und kann nur sagen, dass ich begeistert bin. Die drei Wege-Lautsprecher sorgen für einen klaren und satten Sound, egal ob ich Musik über Bluetooth, MP3 oder DAB Plus höre. Besonders praktisch finde ich den USB-Anschluss für das Abspielen meiner eigenen Playlists. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Das Design ist elegant und passt perfekt in mein Wohnzimmer. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Anlage und kann sie jedem empfehlen, der nach einer qualitativ hochwertigen HiFi-Anlage sucht. Ich bin wirklich beeindruckt von der LG CM2460 Mini HiFi-Anlage mit Stereo-Lautsprechern. Die Klangqualität ist einfach unglaublich und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich meine Lieblingsmusik höre. Die Anlage hat 100 Watt RMS, was für ein so kleines Gerät wirklich beeindruckend ist. Das Design in Chrom und Schwarz sieht auch sehr schick aus und passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und stilvollen HiFi-Anlage ist. Ich habe die Bennett & Ross Orleson Vertikal-Stereo-Anlage kürzlich gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die HiFi-Mikro-Anlage hat viele Funktionen, wie einen CD-Player, MP3, UKW-Radio, USB und Bluetooth mit NFC. Außerdem kann sie sowohl aufgestellt als auch an der Wand montiert werden. Die mitgelieferte Fernbedienung ist sehr praktisch und erleichtert die Bedienung. Die silberne Farbe sieht zudem sehr elegant aus und passt gut zu jedem Wohnzimmer. Insgesamt kann ich die Bennett & Ross Orleson Vertikal-Stereo-Anlage jedem weiterempfehlen, der auf der Suche nach einem funktionellen und schicken Gerät für sein Zuhause ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.